Es war immer jemand da, der mir Mut gemacht hat, der mir Sicherheit gegeben hat. Ich hatte eine schöne Kindheit. Viele Kinder auf der Welt haben nicht so viel Glück. Kindheit ist wertvoll. Mit UNICEF können Millionen Kinder in Krisengebieten wieder spielen und lernen. Sie können uns helfen mit Ihrer Spende. Auf unicef.de Vielen Dank.